Und wie geht es dir jetzt? Ja, weißt du, wenn es anfängt zu regnen, dann kommt die Angst wieder hoch. Das Hochwasser war eine riesige Katastrophe. Wir haben 50 Jahre unseres Lebens auf den Müll geschmissen. Das sind die Finanzhilfen, die kann ich gerne mit euch zusammen ausfüllen. Die mobile Hochwasserhilfe ist sehr gut. Toll, dass es auch nach zwei Jahren Projekte gibt, die einen auffangen. Man hat einen Ansprechpartner und weiß, wohin man sich wenden kann. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen für das Megalos. Zahlreiche Gewinnerinnen und Gewinner der heutigen Prämienziehung können sich über große und kleine Geldbeträge freuen. 100.000 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 021462. Und jeweils 1.500.000 Euro entfallen auf die Endziffern 8839297. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für Ihre Unterstützung des guten Zwecks. Du bist ein Gewinn! Vielen Dank!